Wenn ich jetzt im Nachgang, kann ja auch in ein paar Jahren sein, über gewisse Sachen noch mal reden möchte, dann kann ich hier jeden Kollegen ansprechen und der wird mir zuhören. Und das alleine beruhigt einen, dass man sich da keine Gedanken so richtig machen muss. Feuer im Herzen. Menschen und ihre Geschichten aus 150 Jahren Feuerwehr Hamburg. Mein Name ist Anna Rüther und ich nehme Sie mit in den Alltag der Feuerwehr. Wer mich heute ans Berliner Tor führt, wahrscheinlich weder zum ersten, wahrscheinlich aber auch nicht zum letzten Mal. Hier ist irgendwie immer am meisten los, die meisten Menschen. Lukas Ibig mir gegenüber, ein junger Kollege. Ich habe ja viel natürlich auch mit Kollegen zu tun, die eine ganze Schatzkiste an Geschichten haben, weil sie schon so lange dabei sind. Und du bist seit fünf Jahren bei der Feuerwehr Hamburg, aber du warst doch bestimmt vorher auch schon bei der Freiwilligen Feuerwehr, oder? Ja, klar. Ich bin tatsächlich, seit ich zehn bin, habe ich in der Jugendfeuerwehr gestartet. Und da konnten wir, also zumindest bei uns in Niedersachsen, da kannst du mit 16 dann in die Einsatzabteilung. Da hatte ich dann so meine ersten Einsatzerfahrungen dann angefangen zu sammeln. Das ist bei Feuerwehrfrauen und Männern so, dass man den Job entweder auf jeden Fall will oder man macht es auch nicht, oder? Also es sind alles immer hundertprozentige Überzeugungstäter. Ja, das ist einfach die Sache, die macht tierisch viel Spaß, mit den Kollegen die Einsätze abzuarbeiten, mal in lachende Gesichter reinzugucken. Wenn man wirklich helfen kann, was wir fast immer können und gerne tun. Nee, das ist eigentlich so der Anspruch, klar. Keiner geht zur Feuerwehr und zu sagen, man möchte sich da profilieren oder da nur das Geld verdienen, das macht, glaube ich, keiner. Wie war denn dein Einstieg? Also wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen? War das so ein Kindheitsding mit zehn? Das ist in der Schule entstanden. Also ich hatte einen Schulkollegen, der sagte irgendwann mal, hättest du nicht mal Lust mitzukommen? Da war ich gerade zehn, das weiß ich noch ziemlich genau. Und der fragte, ach, ich fahre jetzt zum Feuerwehrdienst, hättest du nicht mal Lust mitzukommen? Ich so, klar, gerne. Man kriegt das ja gerade auf dem Dorf eh mit, wenn da die Sirene geht und dann laufen alle Kiddies zum Fenster in der Schule und dann fährt die Feuerwehr vorbei. Und irgendwann war man zehn und dann konnte man da auch hin zum Jugendfeuerwehrdienst. Und dann hatte ich da ein bisschen mitgemacht und irgendwann guckt mich der Jugendwart an und meint, ja, dann können wir dich ja nächste Woche mal einkleiden. Und dann war ich natürlich super happy, dass ich dann da drin war und dann ging es los. Und wissen die, dass du heute bei der Feuerwehr Hamburg tatsächlich auch deinen beruflichen Alltag bestreitest? Ja, also ich bin in dem Ort geblieben, auch in der Feuerwehr logischerweise. Und die wissen, klar, alle wissen, dass ich hier arbeite. Wir haben auch ein paar andere Kollegen, die tatsächlich in der Feuerwehr sind, auch ein Kollege hier von derselben Bachabteilung. Das ist eigentlich ganz cool. Und nee, das haben die alle mitbekommen, dass ich dann da den Schritt gemacht hatte, das Hobby zum Beruf zu machen. Dein Einstieg hier in Hamburg war ziemlich krass, weil du schon bevor du den Vertrag unterschrieben hattest und als Praktikant mitgelaufen bist, schon eine der Geschichten miterlebt hast, die es bis in die Presse geschafft hat. Du meinst Hamburg da, das ist das Feuer. Ja, das war in meiner Praktikumszeit, genau. Da war ich, wann war denn das, waren auf jeden Fall Sommermonate noch, 2018, genau. Und da war ich in Hamburg und da war ich die ersten Schichten tatsächlich nur Maschinist, also ich bin nur gefahren. Und irgendwann sagte ich, ach, ich würde auch mal gerne hinten sitzen und ja, mal normal mitarbeiten, in Anführungsstrichen. Weil als Maschinist fährst du das Auto dahin, wenn nichts los ist, fungst du meistens und kriegst wenig mit, wenn du auf dem Auto sitzen bleibst. Na ja, und den Tag bin ich dann Angriffstruppmann gewesen und sagte noch zu dem Angriffstruppführer, den kannte ich ein bisschen vom Dorf noch tatsächlich, sagte zu dem, Mensch, wir beide, das kann ja was werden heute, so aus Spaß eigentlich nur, hat mir auch natürlich nichts dabei gedacht. Dachte eigentlich, das wird eine entspannte oder eine interessante Schicht. Na ja, und dann hat das zwei Stunden gedauert und dann ging der erste Alarm rein und dann war das gleich eine Feuermeldung. Und dann dachten wir, okay, das ist ja oftmals auch, stellt sich raus, dass das nichts ist oder eine Kleinigkeit nur. Da geht man dann mit einer gewissen Routine, auch da hatten wir schon mitbekommen, dass das oftmals Kleinigkeiten sind und dann muss man sich da auch nicht verrückt machen. Naja, auf jeden Fall sind wir bei der Anfahrt, kam schon die Erhöhung auf Feuer 2Y, heißt, dass da Menschenleben in Gefahr sind und dass dann auch schon die ersten aus dem Fenster gesprungen sind. Und dann wussten wir alle, da war auch total Ruhe erstmal auf dem Auto, da wussten alle, oh, jetzt ist wirklich, jetzt geht es um die Ecke. Und dann sind wir da angekommen und da bot sich dann das Schlachtfeld. Und was war passiert? Da sollte jemand eingewiesen werden, das macht hier das Ordnungsamt und sollte dann in die Psychiatrie eingewiesen werden, der wusste das auch. Und die sind nach oben gegangen, zwei Mann waren das und der dritte hat unten gewartet. Und die haben geklingelt, der hat aufgemacht, der hat die mit einer Flüssigkeit übergossen und hat die sofort angezündet. Und muss auch vorher wohl die ganze Wohnung ausgestattet haben mit dem ganzen Brandbeschleuniger, weil das innerhalb von Sekunden, Minuten war das Ding im Vollbrand. Einer ist dann brennt runter, da haben wir noch die Spuren im Treppenhaus gesehen. Und der lag, also wo wir angekommen sind, lag der schon verbrannt vor der Haustür. Er selber, der Täter, sag ich mal, der ist aus dem Fenster gesprungen, weil er natürlich auch dann Feuer gefangen hatte. Und der andere Kollege, das hat sich im Nachhinein rausgestellt, der ist reingegangen, hat sich schnell abgeduscht und ist dann rausgerannt. Und der ist dann aber auch mit schwersten Verbrennungen ins Krankenhaus gekommen. Beide mit Hubschraubern abgeflogen worden, beide Patienten. Der eine ist leider direkt vor Ort verstorben, der erste, der da direkt vor der Haustür war. Und oben fackelte das Ding komplett aus allen Ritzen, kam das Feuer raus. Das war von der Brandbekämpfung war das schon interessant und ordentlich, aber das Szenario dahinter, das war schon echt heavy. Ja, gerade für einen Praktikanten, wo sortiert man das dann hin? Also es war gut in der Situation, da ist man vorbeigelaufen erst mal und hat sich dann auf das Arbeiten konzentriert. Das ging, im Nachhinein ging es auch. Also ich hatte bisher jetzt keine schlaflosen Nächte dadurch, aber man redet trotzdem oftmals darüber, wenn man im Kollegenkreis sitzt und dann fängt man gerne mal an, über Geschichten zu erzählen und dann erzählt man sowas auch. Und das ist dann für mich oder für viele Kollegen, denke ich, auch einfach eine Verarbeitung. Ja, ist das dann so eine Situation, wo die älteren Kollegen tatsächlich die sind, die so ein bisschen nach den Jüngeren gucken und gucken, ist da Redebedarf, sind die Kollegen okay? Ja, das auf jeden Fall. Also wir waren auch nicht sofort wieder im Dienst, wir haben uns erst mal fertig gemacht, geduscht und an den Tisch gesetzt und dann haben wir mit allen, die da waren, nochmal geredet und das Ganze durchgesprochen, was gut lief, was man verbessern konnte. Da das natürlich so eine Riesenchaossituation war, da sind immer Punkte, wo man sagt, ja, das lief schief oder nicht ganz rund, aber das ist so, das wird man in jedem Einsatz haben. Aber ich fand das danach dann in Ordnung, wir haben nun mal wieder Dienst weitergemacht und dieser Austausch direkt danach, das einmal aufzuarbeiten, reicht für mich erst mal aus und wenn ich jetzt im Nachgang, kann ja auch in ein paar Jahren sein, über gewisse Sachen nochmal reden möchte, dann kann ich hier jeden Kollegen ansprechen und der wird mir zuhören. Und das alleine weiß ich schon, oder das beruhigt einen, dass man sich da keine Gedanken so richtig machen muss. Ja, du hast den Vertrag unterschrieben, du bist fest angestellt. Was sagten eigentlich deine Freundin dazu? Die weiß ja immer morgens, wenn du gehst, potenziell ist das kein 9-to-5-Bürojob. Ja, also ich erzähle ihr natürlich auch nicht alles, aber die macht sich schon Gedanken, die weiß, was hier los ist. Ab und zu plackst die natürlich auch rum und sagt, hier liegt die ja eh sowieso nur auf dem Sofa rum und wartet, dass vielleicht mal was kommt, aber es gibt natürlich auch Tage, da ist man durchgehend unterwegs. Gerade hier auf dem Rettungswagen ist viel los. Aber auf dem Löschzug kannst du natürlich auch morgens gleich ein Hammerding haben und stehst dann da stundenlang oder irgendwelche brisanten Sachen. Was sind so Sachen, die du als brisant bezeichnen würdest? Wenn du mit Gefahrstoffen was zu tun hast oder ganz banal, du fährst mit einem Rettungswagen irgendwo hin und da sind Einsätze, wo Täter noch vor Ort sind, beziehungsweise, dass die Patienten einfach aggressiv werden. Das kann ja auch mal vorkommen, das kommt auch häufig vor. Das ist aber nicht so, dass man eigentlich denkt, die wollen dann immer gleich an die Wäsche, das nicht. Aber es ist immer gerne mal, gerade abends, wenn die ein bisschen was getrunken haben oder Drogen konsumiert haben, da ist dann ab und zu mal eine gewisse Spannung drin, wo man einfach aufpassen muss, dass einem da nichts passiert. Das hast du schon. Was ihr selten habt, ist Feuer. Ja. Ja, man würde ja denken, ich gehe zur Feuerwehr und mache von morgens bis abends Feuer aus. So klingt der Name. Aber liegt das an dem besser werdenden Brandschutz? Ja. Also es wird alles früh entdeckt. Durch die Raufbahnmelderpflicht, diese kleinen Heimwahnmelder, die uns natürlich auch regelmäßig beschäftigen, weil die Batterie dann alle ist und der Nachbar anruft, hier piept der Raufbahnmelder. Das ist aber nur die leere Batterie. Oftmals ist es auch ein Wecker, der sich dann daraus entpuppt. Aber die Dinger, die halten schon viel auf. Diese ganzen kleinen Dinger essen auf Top, wenn Mutti oder Fatty noch mal kurz was vergessen hatte. Ah, Mist, ich fahre noch mal kurz einkaufen, dann dauert es doch länger in der Kasse. Und zu Hause sind die Kartoffeln schon aus Minimum runtergebrannt. Das wäre, wenn es diese Raufbahnmelder nicht geben würde, irgendwann der klassische Küchenbrand. Der wird aber früh entdeckt, weil die Nachbarn das immer hören und die Feuerwehr anrufen. Also da nehmen die uns schon ganz, ganz viele größere Feuer dann tatsächlich vorweg. Ist ja gut. Ja, absolut. Also ich lösche natürlich gerne Feuer, aber es ist für die Menschen oder für alle natürlich cool, dass das nicht so weit kommen muss. Bist du mal in eine Situation gekommen, wo du ankamst, eine Tür aufgemacht hast oder Verkehrsunfall oder ich weiß es nicht, wo du dachtest, ich finde keine Lösung, ich weiß nicht, was ich machen kann? Ich weiß immer, dass man ein Team hinter sich hat und da geht man sehr sicher in die Einsätze rein. Also ich habe da noch nie ein Problem mit gehabt, dass man sagt, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, hat man immer einen Kollegen dabei, der sagt, hier lass das doch mal so probieren. Und dann läuft das auch wieder. Gibt es eigentlich Hierarchien oder kann jeder seine Ideen raushauen? Oder weißt du, wie ich meine? Also gibt es so ein... Das kommt auf den Einsatz tatsächlich drauf an. Also wenn du einen Einsatz hast, wo es richtig zur Sache geht, da hast du natürlich deinen Zugführer oder Fahrzeugführer. Und wenn der dann was sagt, das wird auch so gemacht, weil du hast gar keine Zeit zu diskutieren. Das wird einfach umgesetzt. Man hat natürlich selber schon die Ahnung, was man machen kann oder was jetzt auf einen zukommt, was er macht. Es sind meistens auch Standardabläufe und du weißt schon, was kommt. Dann muss er nur einen Zauberwort raushauen und dann läuft das Ganze. Zum Beispiel beim Feuer, da sitzen alle hinten und wenn er sagt, Verteiler fünf Meter vor die Haustür, dann wissen alle Bescheid. Aber jo, jetzt brennt es, jetzt Attacke und dann geht es los. Und meistens, wenn dann lange, lange nichts kommt, dann kann man sich schon darauf einstellen, das wird jetzt entspannt. Aber doch, die Hierarchien gibt es und da hört auch jeder drauf. Ja, diskutieren kann man schlecht. Nee, funktioniert in dem Job überhaupt nicht. Auch auf dem RTW, das ist ja nur ein kleines Team, da hast du einen Teamleiter, den Notfallsanitäter, der ist ja der hochwertigste auf dem Fahrzeug dann. Der trifft natürlich dann die Entscheidung. Wenn das jetzt nicht die kompliziertesten Einsätze sind, dann läuft das immer, also es läuft grundsätzlich im Team. Aber da ist es auch, dass dann der Sanitäter, der Rettungssanitäter mal sagt, hier, ich würde es so machen und dann passt das auch. Streng genommen sagt der Notfallsanitäter, wo es lang geht und dann wird es auch so gemacht. Aber das in den seltensten Fällen. Wenn du versuchen solltest, den Alltag zu beschreiben, der ist ja unfassbar unterschiedlich. Aber gibt es so Sachen, wo du sagst, ja, das kann ich als einen normalen Feuerwehralltag beschreiben? Alltäglich. Hier sind es natürlich die, die gesellschaftlich so ein bisschen hinten runter ploppen. Wir haben viele Obdachlose, viele Drogenjunkies hier speziell in dem Revier. Wir haben aber auch Pflegeheime, wo dann Oma gestürzt ist und ins Krankenhaus gebracht wird. Die freuen sich dann auch, wenn die in Büschen betüdelt werden. Mal eine Schnittwunde zu Hause beim Äpfel schälen. Das ist natürlich meistens ein sexuelles Krankenhaus, aber die Leute rufen trotzdem an. Das ist so der Alltag, dass dann nochmal Suizide dabei sind. Das ist nicht häufig, es kommt aber trotzdem vor. Geburten sind noch seltener, wobei wir da oder ich persönlich gerne die schnell ins Krankenhaus fahre, dass ich das Kind nicht im Rettungswagen zur Welt bringen muss, weil es so selten ist, dass da die Routine einfach fehlt. Und das ist, glaube ich, bei vielen Kollegen so. Das ist natürlich schön, wenn man es dann erfolgreich hinkriegt. Und das ist ja auch ein natürlicher Vorgang, wo man ein bisschen unterstützen soll, außer wenn es eine Problemschwangerschaft schon ist. Aber ich denke mir jedes Mal, ach komm, lieber schnell ins Krankenhaus, lieber schnell in den Kreißsaal und dann haben wir es ja da. Da wollen dann mal die Profis ran. Genau, die sie jeden Tag machen. Der Moment muss, glaube ich, auch für, wenn mir das so deine Kollegen erzählen, das ist schon echt so besonders. Und das, was dann so an Emotionen sich in dem Wagen entlädt, muss, glaube ich, auch schon sehr, sehr besonders sein. Das glaube ich. Also ich habe es selber noch nicht erlebt. Einmal knapp nur, da waren wir dann da in der Wohnung und da war das Kind schon da und dann ging es dann nur ins Krankenhaus. Aber die Geburt selber, ja, das glaube ich schon, dass das natürlich, wenn das dann alles erfolgreich war, ein Highlight ist. Du hattest gerade gesagt, die Dame aus dem Pflegeheim, die betüdelt werden muss. Das klingt so ein bisschen respektierlich, aber ich glaube, das ist ein ganz großer Wert, wenn ihr dort hinkommt und sofort jemand, die betüdelt. Und so ein, wir sind jetzt da und du bist jetzt in Sicherheit und dieses Gefühl des Vertrauens vermitteln und ich halte dir dein Händchen und wir fahren dich jetzt ins Krankenhaus und alles wird gut. Ich glaube, dieses Betüdeln klingt so klein, ist aber, glaube ich, wirklich groß. Das glaube ich auch. Also man merkt, dass bei vielen, meistens ist es eine Kleinigkeit, was die haben, wenn die beispielsweise gestürzt sind oder keine Ahnung, die haben jetzt doch nochmal einen Infekt und gerade in den Zeiten sollen die nochmal ins Krankenhaus zur Abklärung. Aber die sind da ganz lange alleine, wenn die auch keine Verwandten mehr haben, keine Kinder. Der Pflegenotstand ist da auch, da ist kaum einer. Die liegen da in ihrem Zimmer und wenn dann welche kommen, die mal ein bisschen auch locker schnacken, gerade wenn die auch aus Hamburg zum Beispiel kommen und man so ein bisschen Hamburger Schnack da mit denen macht, da freuen die sich einfach und dann sind die auch ein bisschen gleichosiger und besser drauf. Und das ist für die, glaube ich, sehr viel, das macht bei denen sehr viel, glaube ich, dass die einfach mal ein bisschen aus dem Alltag rauskommen, wenn der Hintergrund natürlich nicht so nett ist. Sag mir kurz, wer uns da reingeklingelt hat. Das war ein Alarm für? Das war ein Rettungswagen. Das waren jetzt vier Töne. Das war der Dora. Das heißt, du musst mitzählen, wenn es anfängt zu piepen, damit du bist? Man weiß das tatsächlich schon. Also wenn man wieder reinkommt, weiß man, welches Auto man ist und welcher Reihenfolge. Und wenn man Erster zum Beispiel ist, dann braucht man gar nicht mehr durchzählen, welche Töne rausgehauen werden. Dann steht man gleich schon auf und geht zum Auto runter, weil man das weiß. Und das wird immer auf dem Tableau angezeigt. Da leuchtet jetzt ganz rechts die Lampe. Einer blinkt. Ist das der Blinkende? Der Blinkende. Das ist der aktuell Alarmierte, genau. Okay, du kannst in Ruhe sitzen bleiben. Ich habe noch fünf Sätze, die ich dich bitten würde zu beantworten. Ist du bereit? Ja. Ich bin bei der Feuerwehr Hamburg, weil... Mir die Arbeit jeden Tag aufs neue Spaß macht. Wenn morgens um drei ein Meldeeinlauf kommt, dann denke ich... Schon wieder die Nacht im Eimer. Mein Job schon mal an den Nagel hängen wollte ich als... Noch nie. Wenn ich nicht im Dienst bin, dann mache ich am liebsten... Ich imkere gerne. Zum 150. Geburtstag wünsche ich der Feuerwehr Hamburg. Ich wünsche der Feuerwehr ein auf jeden Fall weiterhin so gutes Standing in der Bevölkerung. Und hin und wieder vielleicht nochmal ein bisschen mehr Wertschätzung in der Politik. Dem kann ich mich so anschließen. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du extra reingekommen bist und alles Gute. Vielen Dank. 150 Jahre Feuer im Herzen. Der Podcast der Feuerwehr Hamburg.